Hallo Jungs ein paar Leute haben mich gefragt ob ich mal zeigen kann wie ich eine Mikrophase auf eine Klinge drauf tue und das tue ich gerne jetzt mal warum das so wichtig ist ihr kennt das Messer wahrscheinlich das ist mein 746er und ich habe das ja ein bisschen hingerichtet aber dieser Roll wo die Klinge hier einfach gerollt ist das gefällt mir gar nicht also da muss ich eine Menge Material davon abnehmen damit das weg ist ja und sowieso die kleinen Rolls die es hier unten gab die sind nur im normalen Fall gekommen also ich habe da nichts Böses damit getan also deshalb meine ich doch dass eine sekundäre Phase so wichtig ist jetzt ist das mein Mora Clipper und das benutze ich mal ab und zu das ist mein erstes Mora Modell und ich finde das immer noch toll wie das Messer von Mora kommt hat es einen Scandi Anschliff oder so einen 2 Phasen Anschliff auf 20 Grad 10 Grad pro Seite und das tut sich sehr gut da gibt es sehr wenig Widerstand wenn man durchs Holz beißt oder durchs egal was wenn man Essen zubereitet das schneidet super gut aber sobald das auf was Härteres trifft kann es zu Mikroausbrüchen kommen oder Makroausbrüche oder dazu kommt dass die Klinge rollt ob das man mit dem nackten Auge sehen kann oder ein Mikroskop bleibt egal aber das sollte nicht passieren daher muss man eine Mikrophase drauf tun so eine Micro Bevel oder Secondary Bevel also wenn man eine zweite eine sekundäre Phase drauf hat ist die mit dem nackten Auge zu sehen also man kann schon sehen okay das ist die Seite der Klinge hier habe ich eine Phase und hier noch eine Phase wenn man das nur im Licht sieht dann ist das eine Mikrophase und eine sekundäre Phase ist gut aber die wird mehr Widerstand erzeugen wenn man sich durchs Holz beißen will deshalb ist eine Mikrophase besser als eine sekundäre Phase obwohl sie für die Klinge fast gleich gut sind aber für die Performance eben nicht okay lange Rede kurzer Sinn wie macht man das zuerst mal wie schärft man so ein Scandi-Anschrift man tut einfach die Klinge glatt drauf auf dem Stein man kippt es um bis die Phase glatt auf dem Stein liegt und dann schneidet man sich so Scheiben davon ab auf einer Seite und dann auf die andere Seite und ihr könnt es immer wieder drauf tun kippen bis es glatt ist und dann langsam jetzt hängt es davon ab wie beschädigt die Klinge ist wie viel Kraft man reinbringen muss wie viel Material will man da entfernen wenn die Klinge einmal scharf ist und ihr könnt das immer wieder checken oder so dann tut ihr eine Mikrophase drauf dann liegt hier die Klinge glatt auf die Seite wieder glatt auf die Phase und dann kippt ihr das noch ein bisschen mehr ihr seht jetzt ist die glatt auf die Phase und jetzt noch ein bisschen da schneidet man sich ganz leicht eine Scheibe vom Stein ab wieder glatt auf die Seite ihr könnt das vielleicht besser hier sehen Moment ich versuche mal zu fokussieren glatt auf die Seite jetzt glatt auf die Phase und dann noch ein bisschen kippen und natürlich das könnt ihr so lange machen wie ihr wollen aber ich sage mal ein paar Mal reicht schon weil da verändert ihr schon den Winkel ok und ich habe jetzt nicht so viel Druck aufgebracht weil ihr seht es bewegt sich hier frei hin es wäre schon besser wenn der Stein irgendwo fixiert ist jetzt ist es noch scharf ich versuche mich mal vom Haar rasieren ein bisschen wegzuhalten ok was ich danach tue ist einfach ich nehme mein Abziehleder hier und das hier könnt ihr auf zwei Art machen entweder ihr legt die Klinge wieder wie auf dem Stein glatt und dann auf die Phase drückt rein und zieht es ab oder ihr legt die Klinge genauso wie vorher glatt auf die Phase dann kippt es ein bisschen und zieht leicht ab also wenn ihr die Phase auf das Abziehleder tut und drauf drückt wird das Abziehleder die Mikrophase treffen wenn ihr das noch weiterhin kippt das rate ich euch nicht das wird ein bisschen die die Schneide abrunden und es sei denn ihr wollt das zum Beispiel bei meinem Buschmann habe ich das getan aber beim anderen wollte ich das nicht ich wollte eigentlich eine scharfe Klinge haben also entweder stark reindrücken wenn sie glatt ist stark nicht so stark also alles mit Maß oder ganz leicht ganz fein ihr tut es auf der Phase kippt es ein bisschen und dann ganz leicht ja und versucht immer denselben Winkel beizubehalten jetzt kann man nicht immer ein Abziehleder dabei haben und so ein DC4 Stein ist praktisch da gibt es bessere für mich nicht weil ich was besseres nicht finden konnte aber ich bin mir sicher da gibt es bessere ja und das geht auch so ich tue das immer wenn ich im Wald bin man muss nur die Mikrophase pflegen nicht die ganze Schneide nicht die ganze große Phase hier sondern nur die Mikrophase man sucht sich wieder den Winkel den man hat ja glatt und dann ein bisschen kippen und man muss nur das machen man muss auch keinen großen Druck drauf tun und wenn man immer derselben Winkel beibehält dann würde man viel weniger Material verbrauchen als wenn man immer den Winkel wechselt ja Problem dabei ist ja eine ruhige Hand zu barbaren ja wenn ihr es schon drauf habt wenn ihr es das mehrmals macht dann könnt ihr das auch schnell machen man kann das natürlich auch mit dem Wettstahl machen ja genau dasselbe es gab mal solche Blöcke die waren aus Stahl und man hat genau das auf den getan und das hat nicht so viel Material entfernt nur die Phase zurecht gedrückt von einer Seite zu der anderen wie es ging das ist das alles was ihr eigentlich machen müsst zu Hause ist es ja leichter weil man hat dann Abziehleder und das hilft sehr viel insbesondere am Anfang wenn man nicht so gut mit dem Stein umgehen kann und ja es geht das lernt man aber am Anfang hilft das Abziehleder sehr sehr viel jetzt habe ich nur wenige Stücke Papier hier noch und ja das geht also ich hoffe das hat die Fragen beantwortet das geht und das geht